Heute möchte ich mal anders als typisch mit dem Nasdaq beginnen, denn der hat die schönste Situation, um jetzt noch irgendetwas zu tun und in dem Fall ist es ein mögliches Longsignal. Ich will das nicht überglorifizieren, aber alle anderen Märkte tun sich im Moment relativ schwer und das, was ich im vier Stunden Chart beim Nasdaq im Moment finde, das gefällt mir doch nicht so schlecht. Zugegeben, der vordere Teil ist nach wie vor, also das wäre dieses hier gewesen, ist nach wie vor sehr korrektiv, das gefällt mir nicht, aber zumindest mal von diesem Punkt an sind wir erstmal hoch, Gegenbewegung hoch, Gegenbewegung überlappungsfrei und dementsprechend eben nicht zumindest mal dieses Teilstück jetzt hier eben in der Korrektur, wohl aber die Abwärtsbewegung und wir haben das letzte Zwischenhoch, letzte Tief hier, das vorletzte hier, wir haben das Zwischenhoch hier gerissen. Es ist alles eine knappe Geschichte, aber es ist zumindest mal ein Longsignal. Häufig heißt es ja, Mensch, jetzt sag doch mal nicht immer, so genau weiß man nicht und erst muss er das machen. Hier haben wir jetzt so eine tatsächliche Situation ganz frisch getriggert. Wir sind ein bisschen jetzt drüber, als ihr das, wenn ihr das Video seht, kann es sein, dass der Kurs noch mal ein bisschen runterkommt. Dann kann man diese Triggermarke weiterhin nehmen. Das ist das Hoch. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass ihr das besser sehen könnt. Das ist quasi vom 18. November 12 Uhr mittags die 4 Stunden Kerze. Schaut da mal das hoch. Das liegt ungefähr bei 11.843, naja, ziemlich exakt sogar, im Future, Dezember Future. Wenn ihr irgendwas Abweichendes handelt, dann müsstet ihr das gegebenenfalls noch mal anpassen. Aber so viele Hochs gibt es zu dieser Zeit nicht. Das ist ein Trigger, ein möglicher Trigger eben in dieser Abwärtsbewegung. Letzte Zwischenhoch hier, wie gesagt, wenn auch hier auf der Unterseite relativ knapp. Aber ich denke mal, das geht durchaus. Die Erwartungshaltung ist jetzt, dass wir das, was wir hier vorne haben. Ich kann die Zeichnung noch mal mit euch machen, dass ihr einmal seht, wie man die aufbaut. Also möglicher Trigger für die Long-Seite ist die Geschichte. Erwartungshaltung, dass wir eine 1, 2, 3, 4, 5 möglicherweise jetzt hier bekommen. Das ist nur mal so eine, um eine Grobeinschätzung zu haben, was passiert denn mindestens. Wenn wir so ein Hoch durchstoßen, ist so das Typische, dass wir zumindest mal diese Marke überschreiten. Das ist so eigentlich das Grundziel, was wir haben. Es ist ja nicht ein echtes Tief hier. Der Kurs war vorher tiefer. Also es ist nicht jetzt, dass wir sagen können, da ist jetzt eine 1 zu 1 Situation. Häufig hört ihr mich sagen, dass wenn wir vorne das haben, das, dann kriegen wir als dritte Welle noch mal das. Aber dafür muss das die erste Welle sein, das die zweite. Das ist aber hier nicht die zweite. Wir sind vorher schon korrektiv. Das passt alles irgendwie nicht. Das heißt, wir können jetzt nicht automatisch von dieser 1 zu 1 Geschichte ausgehen. Das müssen wir also ausklammern. Trotzdem gibt es eine Idee, wie man das in etwa abschätzen kann, wie weit das geht. Dafür könnt ihr diese erste Strecke nehmen, dann sehr häufig ist diese erste Bewegung und die letzte Bewegung hier, die fünfte Welle. Jetzt mache ich das schon wieder grün. Ich habe das vorhin eben schon mal falsch gemacht. Komm, jetzt machen wir noch mal alles weg hier. Fangen wir noch mal ganz frisch an. Also es geht um die. Ihr seht hier, ich habe es überhaupt nicht im Griff. Mindestziel haben wir gesagt, geht bis dahin. So und die Zielerwartung ist, dass das, was wir hier vorne haben, diese erste Bewegung von hier nach da, dass sich die von diesem tief ausgehend hier, dass sich die quasi da noch mal nach oben fortsetzt. Das wird uns ziemlich genau auf dieses Niveau bringen. Es kann ja mehr sein, aber irgendwie sowas in der Richtung ist schon relativ typisch oder wäre schon ganz gut eigentlich zu erwarten. Jetzt gibt es noch eine zweite Messung, die man in dem Fall nutzen kann. Und ich gucke immer gerne, dass ich beide messe, damit ich so ein bisschen eine Idee habe, wie weit diese Ziele eben typischerweise reichen. Wenn ich mir die zweite mal anschaue, das wäre im Prinzip dann auch wieder von hier unten gemessen. Aber heute treffe ich es nicht wirklich. Jetzt machen wir es noch mal. Also von dem tiefsten Punkt hier gemessen, dann aber bis zu dem höchsten. Eben hatte ich ja nur bis zu diesem gemessen. Jetzt messe ich bis zu diesem höchsten Punkt und lege das hier an nochmal auf diese Strecke. Allerdings, jetzt nehme ich nicht wieder die 1 zu 1 Projektion. Das würde ja nur gelten, wenn das die zweite Welle wäre und wir dann die gleiche Länge hinten. Sondern hier nehme ich die 38 und die 61,8. Das macht dann typischerweise für die Ziele einer möglichen fünften Welle. Ihr erinnert euch? 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommen wir auf zwei interessanterweise tatsächlich Cluster, also Marken, die sehr eng beieinander liegen. Nämlich auch wieder ungefähr auf dem Hochpunkt hier vom 15. November, 12 Uhr. Das ist so round about 12.120 beim Nasdaq Future als Zielmarke. Die nächste wäre dann erst hier oben bei ungefähr 12.500. Jetzt gibt es noch andere Möglichkeiten. Wir können nochmal Extensions messen und es geht mir jetzt nicht darum, dass ich weiß nicht, heute treffe ich aber auch wirklich immer die falsche. Ich muss hier so halbwegs um mein Mikrofon drum rum und dabei ziele ich offensichtlich nicht gut genug. Jetzt messen wir die Extensions. Das heißt, wie weit überschießt er über dieses Ding? Das ist zum Beispiel 127 oder 161. Bitte, bitte, geht nicht davon aus, dass der Kurs automatisch an der Stelle dann dreht oder sonst irgendwas. Das sind nur Orientierungshilfen. Aber wie es häufig im Leben ist, je mehr Menschen sich an ähnlichen Marken orientieren, desto eher passiert dann an diesen Marken auch irgendwie was. Also ihr müsst in etwa damit rechnen, dass hier viele Leute ins Grübeln kommen und dann vielleicht ihre Aktionen daraufhin abstimmen. Man kann das auch hier, das habe ich vorhin noch gar nicht gemacht, vielleicht abstimmen und dann seht ihr, ah, guck mal, die brauchen wir nicht mehr. Die hat ja hier schon so halbwegs mal. Aber auch diese, also quasi die Extension dieser Bewegung, also alles, was hier drüber schießt, geht auch dahin. Also ich sage mal, wenn der Kurs es tatsächlich bis hierhin noch schafft, was ich nicht weiß, aber hier ungefähr in diesem Bereich, 12.400 bis 12.500 ungefähr, da ist durchaus sowas wie eine, sagen wir mal, nicht ganz so vernachlässigende Widerstandsmarke, wo man damit rechnen muss, dass der ein oder andere Marktteilnehmer sagt, ah, jetzt aber spätestens ist Schluss. Also wir haben so eine erste, so um die 12.100 und wir haben eine relativ deutliche hier. Das ist keine Ansage, dass der Kurs bis dahin läuft, aber zumindest mal spricht vieles dafür, dass wir die erste Marke mindestens erreichen, mit einer gewissen Chance, dass wir diese nächste Marke auch noch erreichen. Entweder nimmt man hier also als Vorsicht Gewinne mit und sagt sie, ich habe meinen Spaß oder man lässt mindestens Teile der Position laufen, zieht den Stop schon auf den Einstieg nach und sagt, naja, bis dahin, aber dann gucke ich ernsthaft, ob ich noch weiter drin bleiben will oder nicht. Also insgesamt ein bullisches Signal beim Nasdaq. Das ist im Prinzip die gleiche Logik, die wir sonst auch immer haben, die ich vorzüglich allerdings eher für die dritte Welle habe. Das wäre jetzt ja eher, wie ich es angedeutet habe, die fünfte Welle. Eins, zwei, drei, vier, fünf dieser Bewegung. Die handele ich persönlich nicht so gerne. Kann man auch machen. Jetzt, wenn du sie nicht gerne handelst, was machst du dann in so einer Situation? Das will ich gerne zeigen. Mir gefällt das, was ich hier sehe, jetzt gut. Jetzt würde ich aber dieses Bild, was wir hier haben, mir etwas genauer angucken auf einer kleineren Zeitebene. Da sind wir zum Beispiel im 15-Minuten-Chart oder 5-Minuten-Chart. Wenn immer ich sowas sehe, jawohl, das ist so eine starke Bewegung. Früher oder später kommt eine kleinere Korrektur. Das heißt, wer jetzt nicht im Groben hier diese Position eingehen will an der Stelle, der kann auch sagen, ich warte, bis ich diese Korrektur nach unten bekomme und dann habe ich entweder einen Dreiweller, dann habe ich hier meinen Entry-Trigger auf der Höhe oder ich habe einen mehrfach hier hin und her laufenden mit überschneidenden Tiefs. Dann habe ich hier quasi meinen Entry. So kann ich quasi meinen Einstieg nochmal feintunen. Dann muss ich nicht die Marke nehmen, die ich hier habe, sondern kann quasi das etwas feingetuntere nehmen, was ich hier aus diesem kürzerfristigen Chart habe, in der Erwartung, dass er das mir auch hier schön zeigt. Manchmal ist das nicht so schön zu sehen. Dann habe ich es vielleicht verpasst. Verpasst kostet erstmal kein Geld. Ist dann vielleicht schade, aber ist noch nicht so wirklich Drama. Wenn er es mir aber bietet, kriege ich einen günstigeren Einstieg. Also günstig deshalb, weil es häufig dann etwas niedriger ist und ich einen engeren Stop habe. Hier habe ich jetzt noch gar keinen Stop genannt. Ich sage mal so, der Mindeststop wäre natürlich jetzt hier unten drunter, dass man sagt, es ist eine Farce, ich treffe es heute nicht richtig und ich habe nicht getrunken, falls jetzt Fragen kommen. So, also, nein, aber an diesem Tief hier, das wäre jetzt auf jeden Fall eine Stop-Lösung, was nicht so super attraktiv vom CRV ist. Die andere Variante, die kennt ihr. Tiefste Punkt bis zum Einstieg oder falls ihr schon drüber seid, den höchsten Punkt und dann die 78er Marke. Einfach von da nach da messen. Das finde ich eine ganz gute Stop-Variante. Da denken viele, das macht aber ja nichts aus. Das bisschen hier ein Unterschied. Es verändert das Chance-Risiko-Verhältnis häufig deutlich mehr, als ihr glaubt. Probiert das einfach mal aus. Mess das mal. Vergleich das mal. Wenn ihr hier den Stop habt, das CRV, macht das mal, wenn es hier ist. Passt die Menge entsprechend an auf euer Standard-Risiko und dann werdet ihr feststellen, ja Mist, der Gewinn ist auf einmal deutlich höher, obwohl es nur um so viel geht. Der Grund, warum ich den Stop gerne hierhin mache, statistisch ist es häufig, dass wenn wir hierhin gehen, wir auch nochmal hier tiefer gehen und dann werde ich ja eh ausgestoppt, wenn ich den Stop da unten mache. Dann kann ich mir quasi diese letzte Range sparen. Das ist nicht immer so, aber der statistische Nachteil, dass es eben manchmal nicht so ist, ist nicht so groß wie der Vorteil durch das verbesserte Chance-Risiko-Verhältnis. Zumindest mal nach unserer Erfahrung. Ihr könnt das natürlich noch in gewisser Weise variieren. So habt ihr jetzt mal was ziemlich Konkretes hier beim Nasdaq aktuell als eine schnelle Handelsidee. Noch schöner finde ich es, wenn wir jetzt auf kleinerer Ebene den Schub und das Korrektive hier nach unten bekommen und das ist dann genau das Richtige wieder, denn dann ist das die erste Bewegung hier von da nach da, die Korrektur die zweite Bewegung und dann wäre das innerhalb dieser fünften Welle quasi die dritte, die wir dann handeln und die ist ja typischerweise schön lang. Das heißt, wir haben hier für diese dritte Welle, also die dritte interne Welle, ein sehr, sehr tolles CRV und wer mag, kann dann ja sagen, Mensch, wenn es ja eh hoch geht, dann warte ich, nehme ich nicht hier meine Gewinne schon mit, sondern lasse sie laufen mit Zielhöhen, eben hier die, die ich hier angegeben hatte. Das war eine Idee. Das ist jetzt keine Empfehlung im Sinne von das müsst ihr alle machen, denn viele, die das hier schon lange mitverfolgen, wissen, mein Credo ist, Traden ist ein Arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Wir wissen alle nicht, was der nächste Trade bringt. Was wir Händler können, ist nicht die Zukunft vorhersehen, sondern was wir können, ist die Gestaltung so machen, dass sie im Durchschnitt vorteilhaft ist. Das klingt ziemlich ernüchternd, weil es gar nicht so magisch klingt, wie es ist, aber genau das ist der Beruf. Wir sind alle keine Magier, also von ganz wenigen Ausnahmen vielleicht. Nein, also das wäre jetzt sehr eigenartig. Also unsere Fähigkeit als Händler ist nicht so sehr, dass wir das vorhersagen können, aber dass wir die Gestaltung so vornehmen, dass wir sagen, okay, aber es ist vorteilhafter, wenn wir das zehnmal machen oder zwanzigmal oder fünfmal, wie auch immer, aber eben mehrmals machen, wird es uns durchschnittlich mehr Gewinn bringen, als es uns verliert, also als Risiko bringt. Das heißt, ich habe auf einer Vielzahl von Trades dann ein positives Gesamtergebnis. Bitte fasst Traden immer so auf. Bitte geht nie davon aus, egal wer euch irgendwas erzählt, ganz todsichere Chance. Aus meiner Sicht grober Unfug. Ja, also es kann sein, dass es Leute gibt, die das ganz gut vorhersagen können, aufgrund dieser Verhaltensmuster beispielsweise. Das ist überhaupt nicht, spricht nichts dagegen, aber geht nie davon aus, dass aber der nächste Trade wird ganz sicher positiv. Das ist eine Aussage, die an der Börse nicht mit rechten Dingen zugeht. Das Anstiegsmuster haben wir ungefähr auch hier beim Nasdaq. Allerdings haben wir das nicht so schön. Deshalb gibt es hier jetzt das Trigger-mäßig nicht so sehr. Wir hatten zwar hier im Kleineren über Long Trigger schon gesprochen. Also insofern ist das jetzt nicht ganz so überraschend, was wir jetzt hier haben. Nur da sind wir jetzt natürlich schon drüber hinaus. Also ist das aktuell beim Nasdaq aus meiner Sicht das schönere Bild. Beim S&P haben wir aber auch noch ein bisschen Platz bis zur Trendlinie. Man muss ja da nicht drehen. Aber bis dahin, sage ich mal, haben wir eine ganz gute Chance, dass der Kurs dann noch weiterklettert. 70 Punkte sind das. Die sehe ich auf jeden Fall. Und ob er dann den Mut hat, weiterzuklettern, das sehen wir dann noch mal. Aber bis dahin sehe ich auf jeden Fall erst noch mal ganz gute Chancen. Hier ebenfalls. Er hat nur diesen kleinen Rücksetzer gemacht. Die größeren stehen also noch aus. Da wir inzwischen schon etwas höher sind, müssten wir die Zeichnung eh neu anpassen. Das heißt, die alten können wir, also für den kleinen war das ja perfekt. Und für die größeren müssen wir es jetzt auf den höchsten Punkt anrechnen. Das mache ich aber ungerne, während der Kurs ja noch nach oben läuft. Da muss ich nämlich alle paar Minuten hier wieder neu zeichnen. Das bringt ja nichts. Wenn er wieder ein bisschen runterkommt, können wir uns vorbereiten, wie weit. Das ist hier auch, dass das ansteht, aber im Moment noch nicht zu sehen. Positiv ist aber zu bemerken, dass wir, wenn ihr genau hinguckt hier auf Tagesebene, ich mache es euch mal groß, guckt mal dieses Hoch an. Das Hoch hier, da sind wir gerade durch. Das ist ein bullisches Zeichen. Warum? Das ist klar korrektiv. Hier ist das letzte Tief, das vorletzte Tief. Für viele ist das ein Long Trigger, wenn wir durch diese Marke durchgehen. Das haben wir jetzt gerade eben gesehen. Das heißt ein Long Trigger. Allerdings wissen wir auch, dass viele auf den höchsten Punkt einsteigen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir zeitnah, das muss nicht jetzt heute passieren, aber in Bälde eben genau diese Korrektur bekommen, die ich angedeutet hatte. Zum Beispiel, wenn dann der Nasdaq auch an den Dreh kommt. Zum Beispiel, wenn auch der S&P dann an seinen Widerstand kommt. Das würde mich nicht wundern. Im Moment steht es noch nicht an. Also selbst auf kleinsten Zeitebenen sind wir noch bullisch. Egal, welche ihr habt. Schub nach oben. Im Moment korrektiv wackelig nach unten. Das sind alles eher noch bullische Signale. Auch hier unten. Da haben wir schon, glaube ich, drüber gesprochen. Weiß ich nicht, war das von letztem Mal. Aber hier seht ihr, das sind alles noch bullische Verhaltensmuster, die wir hier haben. Also es gibt noch nicht zu sehen, dass der Markt hier irgendwie was anderes will. Wer also im Kleinen nochmal einsteigen will, völlig okay aus meiner Sicht. Im Großen wäre ich allerdings wirklich vorsichtig. Würde definitiv empfehlen, das abzuwarten. Auf die Gefahr, dass man den Einstieg verpasst, wenn er noch ein bisschen weiter geht. Aber früher oder später kommt der Rücksetzer, ob er von höher oder tiefer kommt. Aber das hatte ich letztens häufig erklärt. Deshalb will ich euch das nicht wieder breit treten. Sonst denkt ihr, oh Gott, der alte Mann wieder. Jetzt erzählt er wieder von damals. Na gut, auf jeden Fall ganz gute Aussichten bei den amerikanischen Märkten. Beim FDAX sieht es eigentlich auch ähnlich aus wie beim DAX, wie beim Dow. FDAX ist der DAX Future, wenn ihr euch jetzt wundert. Das ist das, was man als Händler normalerweise ganz gerne, insbesondere Intraday anguckt. Ihr seht, die Aufwärtsrichtung fängt schon ein bisschen an rumzuzicken. Das ist so ein Ending der Urgenalsituation. Häufig das Ende eines Anstiegs. Ich will es jetzt noch nicht behaupten, aber ich halte diese Bewegung für immer realistischer. Dass der Schwung langsam ausläuft. Er hat ja diese Hausaufgabe schon erfüllt, wo der Dow gerade dran ist. Das hat der DAX schon hinter sich. Er hat schon überschossen. Jetzt wäre der Rücksetzer eigentlich perfekt vom Timing, um anschließend danach wieder long zu gehen. Aber im Moment nicht. Das beißt sich ein bisschen mit der Jahresendrallye, die ihr jetzt eigentlich anfangen sollt. Black Friday steht vor der Tür. Aber auf der anderen Seite, was soll ich euch sagen? Im Moment sind die Marktteilnehmer nicht mehr so geil aufkaufen. Das seht ihr an dieser nachlassenden Dynamik hier nach oben. Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt. Entweder praktisch, weil ihr sagt, Mensch, da war die ein oder andere Handelsidee dabei, die ihr mitverfolgen wollt. Vielleicht aber auch nur theoretisch, weil ihr sagt, ich verstehe immer ein klein bisschen besser, wie man als professioneller Händler da drauf guckt. Und professioneller Händler meine ich nicht als allwissender Händler, sondern als jemand, der das eben berufsmäßig macht und dann dementsprechend gewisse Mechaniken oder Systematiken sich dann entsprechend aneignet. So, in diesem Sinne, euch alles Gute, toi, toi, toi und viel Erfolg. So, ich hoffe, dass ihr euch hier seid. Vielen Dank.